Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, über 23 Millionen Menschen sind derzeit am Horn von Afrika, im Jemen und in Nigeria vom Hungertod bedroht. Die Vereinten Nationen warnen vor einem Massensterben und Sie alle haben die Bilder vor Augen. Die lange Dürreperiode hat schon viel zu viele Opfer gefordert. Ohne unsere Hilfe werden noch mehr Frauen, Männer und Kinder verhungern. Besonders dramatisch ist die Situation in Äthiopien und in Kenia. In einigen Gegenden führt das extreme Klima seit drei Jahren zum Ausfall der Anden. Anderswo, wie im Südsudan und in Somalia, hindern gewaltsame Konflikte Bauern und Nomaden daran, ihre Felder zu bestellen oder ihr Vieh zu versorgen. Diese Menschen brauchen endlich Frieden und Sicherheit. Sie erleiden unvorstellbare Not und ganz besonders leiden die Kinder. Ich bin froh, dass zahlreiche deutsche Organisationen Hilfe leisten, teilweise unter wirklich schwierigsten Bedingungen. Auch der Staat hat seine Unterstützung bereits erhöht, doch dies wird nicht ausreichen. Ich bitte Sie daher, helfen Sie mit Ihrer Spende, unterstützen Sie die Hilfsorganisationen, die gemeinsam gegen die Hungersnot aufrufen. Mit Ihrer Spende können Sie Menschenleben retten. Mit Ihrer Hilfe können wir die Hungerkatastrophe lindern.